Leute, das Ministerium hat er entschieden. Aber gerade so viele Leute in der Zeit, wir finden uns ja gerade im Ausnahmezustand und es ist entschieden, dass wir einfach ganz Social Media einfach abstellen. Weil so viele Leute jetzt nur noch am Computer dranhängen und nicht mehr für die Schule machen. Weil eigentlich ist ja noch Schulzeit, aber die machen halt trotzdem nicht mehr für die Schule. Und deshalb ist es ganz Social Media abgemacht. Also YouTube, Twitch, alles ist jetzt weg. Und deshalb möchte ich gerade noch mein letztes Video laden, weil es kann schon sein, dass es Video gar nicht mehr online kommt. Ich weiß es nicht. Wir können es nicht wissen. Ja, ich habe gerade hier noch eine neue Facecam geholt. Also ein neues Tierchen. Manchmal auch gewünscht wurde, von Begamus gewünscht wurde. Hey, Begamus, hi. Grüße gehen raus. Und immer wenn ich meinen Kopf so leicht nach unten mache, dann geht der ganz nach unten. Keine Ahnung. Ja, und deshalb lad ich gerade mal ein Video hoch und ich hoffe halt wirklich noch, dass es klappt. Und ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es morgen schon ein Jahr zu tun weg und alles ist dann schwarz. Oder wir wissen es einfach nicht. Wir wissen es nicht. Und es ist halt das Problem. Und deshalb bleibt drin, trifft euch nicht mit ganz vielen Leuten und macht auch was für die Schule. Jetzt haben wir den Salat. Und es ist halt jetzt ein bisschen schade, Leute. Und ja, ich möchte nur sagen, was man dagegen unternehmen kann, ist einfach April, April. Ich möchte nur sagen, was man sagt, was man sieht, was man sagt, 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 was man sagt. Vielen Dank.